... dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners will das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiners war ein Befehl, der Feindlust! Oh, meinst du das, Alter? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, solange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederpreisiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Ich bin Feindlinge! Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, Wurm zu lallen, wie man Messer glabbel hält! Jahrelang hat das Militärakademie nur behigelt! Es hat mich jeden Morgen mit dem Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um gar nicht alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein aus mich, das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen ihrem eigenen Blut! Es wird eine Verräter! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in ein Wind gesprochen! Es ist unmöglich, uns in diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Betraut! Sampuse, nicht in der Kadern... Untertitelung des ZDF für funk, 2017